Die Weltgesundheitsorganisation schätzt das Risiko durch die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus nach wie vor als sehr hoch ein. In ihrem wöchentlichen Bericht erklärte die WHO am Dienstagabend, dass mit mehr als 21 Millionen Neuinfektionen weltweit in den vergangenen sieben Tagen die höchste Anzahl an wöchentlich erfassten Fällen seit Beginn der Pandemie registriert wurde. Insgesamt sei die Inzidenz jedoch langsamer angewachsen als zuvor, das Wachstum sei geringer. Demnach ist die Zahl der neuen Fälle um 5 Prozent gestiegen gegenüber 20 Prozent Wachstum in der Vorwoche. Die Zahl der wöchentlichen Todesfälle blieb mit 50.000 in etwa gleich. Die Omikron-Variante ist demnach weiterhin weltweit dominant. Die Delta-Variante sei kontinuierlich rückläufig, während die Alpha-, Beta- und Gamma-Varianten sehr gering zirkulieren. In den Ländern, in denen die Omikron-Fälle bereits im November und Dezember stark gestiegen waren, seien die Zahlen mittlerweile rückläufig, macht die WHO Hoffnung.